So meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom International Man of the Match Fatal und ihr seht schon oben im Titel, heute mit Part 4, der geilen Reihe und damit stehen wir auch kurz vorm Turnier gegen die anderen YouTuber, vor der K.O.-Phase. Heißt, heute wird es auf jeden Fall nochmal Zeit ein bisschen Upgrades zu machen und ihr habt natürlich im letzten Part wieder eifrig mit abgestimmt und es war am Ende eine relativ deutliche Geschichte und zwar für die zwei Kollegen, zum einen natürlich in der Innenverteidigung der gute Diego Godin, 95er Team of the Season, 78er Tempo, 98er Defensive, 96er Füßes. Das klingt sehr stark. Richtig geile Karte und daneben einer der mindestens genauso gut ist, nämlich der Schwaner Juan Fran ebenfalls und Atletico Madrid. 88 Pace, 85er Defensive, 83er Füßes, noch dazu ein 81er Drübling und ein 81er Passspiel. Kann man mal so machen. Sprich, das ist unser Pärchen, das sich am Ende durchgesetzt hat gegenüber Thiago Silva, 94er Team of the Year und ich glaube 81er, 81er? Ich glaube der 81er. Sehr sorry war es von Paris Saint-Germain. Und ihr hört schon so ein bisschen vielleicht an meiner Stimme, ich weiß es nicht. Meine Nase ist immer noch ein bisschen verstopft, ich bin immer noch ein bisschen krank, bin noch ein bisschen am Husten. Ich versuche jetzt den ersten Part hier ohne Husten durchzukriegen. Mal schauen, ob es mir gelingt. Sprich, Samstag kam kein Video, Sonntag kam, glaube ich. Ich glaube, am Freitag war die letzte Fake-Folge. Ja, eigentlich sollte es vorgestern weitergehen am Sonntag, aber ich konnte einfach nicht aufnehmen. Ich habe es ja gestern auch schon im Karriere-Video erzählt, dass es leider nicht ging. Aber ich bin zurück, ich bin wieder einigermaßen erholt und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir heute wieder rein. Wir haben insgesamt noch vier Spieler, die wir upgraden können. Das ist der Torwart, das ist die ZM-Position, der rechte Stürmer und der Stürmer. Sprich, in der heutigen und natürlich in der fünften Folge gibt es nochmal je zwei Paare, zwischen denen ihr entscheiden könnt. Das Ganze auch wie immer heute über die Infokarten. Aber noch nicht gucken, sonst werdet ihr, wobei gespoilert werdet ihr nicht, aber ihr wisst die Paare noch nicht. In dem Sinne, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir immer gerne ein Däumchen nach oben da. Die letzte Folge hat schon über 50.000 Aufrufe und ich glaube schon auch über 5.000 Likes. Von dem her vielen, vielen Dank war ich nicht sehr zu schätzen. Vielleicht schaffen wir heute nochmal die 4.000 Likes, wäre auf jeden Fall eine geile Geschichte. Und in dem Sinne würde ich sagen, quatschen wir nicht lang drumherum. Ich weiß übrigens dann jetzt noch nicht, welche Paare ich eventuell upgraden möchte. Ich habe zwar ein paar Ideen, aber ich weiß noch nicht, ob wir uns heute um die Stürmerposition und den rechten Stürmer kümmern oder ums ZM und den Torwart. Werden wir mal schauen. Je nachdem auch wie viele Coins wir spielen, Jungs. Und in dem Sinne rein ins erste Match. Und damit ist es unser Gegner gefunden. Eine relativ interessante Truppe 3-4-1-2 mit Musa, Vardy und dahinter Doom. Ja, da können wir uns schon mal warm anschnallen. Auf der linken Seite ist Sterling, rechts hat er noch Walcott. Sprich, relativ pacige und OP-hafte Stürmer und Flügelspieler am Start. Ich bin sehr gespannt, Jungs. Es wird eine interessante Partie. Und wir wollen einen Sieg mit vielen Toren. Wir brauchen Coins. Come on. Jamie Vardy, das ist kein Abseits. Keeper steht ein bisschen weit vorm Tor. Und dann gibt es die erste Möglichkeit. Sieben Minuten gespielt. Der Mann mit dem Spurs-Logo kriegt da fast ein sein Geschenk. Bleibt weiterhin beim Torlos 0-0. Musa macht sich auf den Weg, Jungs. Aufpassen. Möglichkeit für den Gegner, leider leckts ein wenig. Ihr seht's, obwohl die Latenz vorher gut war. Ich hoffe, das wird besser. Sonst haben wir hier ein Problem. Meine Fresse. Also, Daumen drücken, dass das besser wird. So ist es nicht wirklich spielbar. Gut, der Ball. Gut nach vorne. Da ist die Bräune. Und dann ist der nicht drin. Weil die Bräune lieber den Schritt auf den Spieler macht, statt auf den Ball. Oh, es wäre so wichtig gewesen. Wie gesagt, das ist mega hier am Lecken. Es sind immer so fast wie jetzt. Dann klappt's. Und dann auf einmal geht die Kacke wieder los. Dementsprechend, ein frühes Tor wäre so verdammt stark. Gut gespielt. Gut gemacht. Von Eden Hazard. Hazard legt den nochmal ab. Der war gut. Und dann ist er drin. 1 zu 0. Riyad Mahrez. Gerade reden wir noch vom frühen Tor. Da haben wir es vorhin. Ich habe heute noch ein bisschen Sprachfehler. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber egal. Was viel wichtiger ist, ist das Gameplay. Und das machen wir bislang echt gut. Louris, glaube ich, im Kasten. Kommt nicht hin. Mahrez, die ersten 20k. Die damit auf unseren Jackpot kommen. Gut von der Bräune. Hazard. Nee, nicht Hazard. Killini, was? Vardy. Macht's auch nicht so schlecht. Jamie. Vardy. 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 Was ist denn das? Er geht nicht rein. 25. Minute. Fast die Chance gleich nachzuliegen. Keeper ist da. Ich nehme euch live mit rein. Mit in die Ecke. Die wird nicht so wirklich. Die wird schon ein bisschen gefährlich. Louris sieht das. Lässt ihn vorbei. Kann man mal so machen. Bleibt beim 1 zu 0. Guter Ball auf Mahrez. Mahrez sieht Vardy. Vardy. Wo ist der Ball? Vardy mit der Hacke. Kommt mal, Hazard. Das gibt's nicht, Jungs. Was ist denn das schon wieder? Typisch FIFA. Vom aller, aller Feinsten. Riyad Mahrez geht vorbei. Mahrez, Mahrez, Mahrez. 2 zu 0. Doppelpack vor dem Mann von Lesnar City. Stark gespielt. Am Ende kann er sich da nicht mehr befreien. Und nach einer halben Stunde stehen wir bei 40.000 Coins. Schön von Eden Hazard. Hazard kriegt da nochmal die Chance. Mal schauen, ob er die nutzt. Hazard. Oh, das macht er richtig gut. Hazard. 3 zu 0, Freunde. Wir stehen damit bei, ich glaube, 70.000 Coins. 34. Minute. Da haben wir uns mal schön eine Viertelstunde rausgenommen. Geben kräftiges. Gegner da nicht wirklich mit einer Chance. Offensiv ist er auch relativ schwach. Von dem her 3 zu 0. Alles wunderbar. Nochmal Hazard. Nochmal Hazard. Jungs, es läuft. Erste Partie. So, rum. Erste Partie in dieser Folge. Im Hintergrund läuft schön die Abwrackmusik. Die Jungs aus dem Stream wissen Bescheid. Und damit 4 zu 0. 100.000 Coins. Jetzt, wenn der noch quittet hier in Durchgang 1, wäre das natürlich legendär. Gegner jetzt vielleicht mal mit der ersten Möglichkeit. Jamie Vardy. Ich komme nicht in den 2-Kampf. Und dann ist der Gott sei Dank nicht drin. Nach Spielzeit in Durchgang 1. Da wacht er das erste Mal so ein bisschen auf der Gegner. Und ich glaube, er bricht jetzt ab. Ich glaube, er bricht jetzt ab. Das wäre überragend. Weil es noch in Durchgang 1 ist. Ich bin gespannt. Aber das sieht stark danach aus. Ich glaube, wir haben einen schon mit Hazard. Drei mit anderen Leuten heißt. Da müssten wir bei, äh, hat Hazard 2? Werden wir gleich sehen. Also, der Gegner bricht schon mal ab. Heißt 100k durch den Ragequid. Und dann normalerweise 60 plus 30, 90. Kann das sein? Oder stehen wir schon bei 200? Ich weiß nicht. 190 oder 200.000 Coins nach Match Nr. 1. So viel hatten wir im ganzen letzten Paar zusammen nicht. Und wir spielen gerade mal, oder durften gerade mal 45 Minuten ran. Von dem her bin ich sehr gespannt, wie viele Goalassos letztendlich Hazard hat. Wenn es mal laden würde, dann könnten wir uns das Ganze anschauen. Hazard mit 2 Toren, Mares mit 2 Toren. Das ist überragend. Bloß, dass unser Stürmer nicht trifft. Aber Wari kann ruhig mal ein Päuschen einlegen. Heißt, 2 mal 30 macht 60k. Plus 2 mal 20 macht 40, macht insgesamt 100. Plus 100 durch den Quid macht 200.000 Coins. Die war damit haben gegen den Kollegen Legendary. Es seht, am Ende war das auch mehr als verdient. War die viel bessere Mannschaft. Eine Passgenauigkeit von 96%. Klopp hatte ich noch nie. Wahnsinn. In dem Sinn, wunderbar. Erstes Spiel erfolgreich bestritten. Rein in den zweiten Durchgang Match ins zweite Spiel. Let's go. Ich labere nicht. Ich zeige lieber gutes Gameplay. Auf geht's. Und damit haben wir unseren zweiten Gegner gefunden. 99er Chemie, 76er Bewertung. Das sieht machbar aus. Allerdings, leichte Gegner, vermeintlich leichte Gegner. Können durchaus schwierig werden. Ist ein Serie A-Team, die meistens ziemlich biestig sind. Onasi, glaube ich, heißt der gute. Oder Onaki, irgendwie so im Mittelfeld. Sonst eher natürlich schlechtere Spiele am Start. Der FC Viecht. Ich bin gespannt. Zweites Match für uns. Das heißt, einiges an Coins reinholen. Sprich, gewinnen. Viele Tore erzielen. Let's go. Gut von Vardy. Guter Ball. 1-0. 15. Minute, Jungs. Hier führen. Da ging es relativ fix. Relativ schnell. Relativ wunderschön. Und mal wieder trifft Marez. Ich glaube, das dritte Tor von eben in dieser Folge. Dreimal Marez. Zweimal der Kollege Hazard aktuell. Von dem her. Guter Start. So heißt es jetzt weitermachen. Eden muss noch ein, zweimal treffen. Dann bin ich äußerst zufrieden mit diesem Part. Eden Hazard. Da kommt man macht ihn. Er macht ihn. 2-0. 24. Minute, Jungs. Der Gegner ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also er hat zumindest große Spielanteile. Wir kriegen kaum den Ball. Versucht da ein ums andere Mal ganz, ganz ruhig und sanft den rauszuspielen. Dementsprechend haben wir wahrscheinlich so 35% Ballbesitz. Aber nach vorne, sprich in der Offensive, finden halt trotzdem irgendwie nur wir statt. Alles gut. 2-0. Wunderbar. Eden Hazard mit dem ersten versprochenen Tor. Zwei Folgen noch. Passt auf. Wir gehen rein in die Pause, Jungs. Sechs Schüsse, fünf aufs Tor. Der Gegner mit der Doppel-Null. Also viel ist da nicht passiert. Er hat jetzt die letzten Sekunden nicht mehr mitgespielt. Ich hoffe, dass du besser hast. Sonst keine Ahnung, was wir genau treiben. Rein in den zweiten Durchgang. Gegner, glaube ich, sieht da die rote Karte, Jungs. Schauen wir mal rein. Gegner kriegt glatt rot. Völlig verdient. Hätten die mega Chancen gehabt, mit Vardy und Marès zwei gegen eins ein Tor zu machen. So leider nur ein Freistoß in einer Kack-Position. Kein Abseits. Und dann ist er drin. Pinieler mit dem 2-1. Da sind wir einmal nicht aufmerksam. Und damit gibt es im zweiten Partstand jetzt nur 30k. Heißt, wir stehen bei 230.000. Ist gut, aber ganz ehrlich, das ist nicht verdient, dass der trifft. Da haben wir einmal nicht aufgepasst. Und dann macht er stark. 2-1. Ein Tor, Minimum noch. Am besten natürlich zwei, die wir da noch erzielen jetzt. Marès probiert es mit dem Longshot, aber der geht da doch ein bisschen drüber, Freunde. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. 2-3 Minütchen, sonst kriegen wir hier in dieser Folge nur 30k in diesem zweiten Match. Ist mir absolut zu wenig. Schluss außer bei, Jungs. Leider Gottes gewinnen wir am Ende nur 2-1. Wir hätten mehr machen können, aber es hat irgendwie nicht sollen sein. Am Ende wollten die Dinger nicht rein. Einmal Hazard. Ich glaube, einmal Vardy nicht getroffen. Mir seht es, neun Schüsse, sechs aufs Tor. Also, sie geht vollkommen in Ordnung. Am Ende hätten wir, wie gesagt, ein bisschen mehr Tore machen können. Marès und Hazard 1. Vardy heute ohne Tor. Wahnsinn. Heißt, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir bei 230.000 Coins stehen. Werde ich jetzt alles mal überprüfen und dann sehen wir uns gleich bei den beiden Paaren. Also, rechnen kann er das, Schlappi, Freunde. 230.000 Coins, das hat soweit gepasst. Aber ich habe eben ein bisschen gebraucht, um euch zwei halbwegs gute Paare letztendlich empfehlen zu können. Ich denke, ihr habt es mittlerweile mitbekommen, ich möchte nicht irgendwie ein paar Sätze, das von vornherein, wo man weiß, das Gewinn so und so ist, sondern ich möchte zwei Paare euch zur Verfügung stellen, die zumindest einigermaßen gleich sind. Das Problem ist, umso weiter wir in diesem Projekt fortschreiten, umso mehr müssen wir natürlich gucken, dass die restlichen Spieler auf Chemie kommen. Und dementsprechend wird es leider auch schwieriger, immer mehr gleiche Paare euch zu zeigen. Ich glaube, nichtsdestotrotz hat es einigermaßen gepasst. Paar Nummer 1 wäre nämlich der 93er Best Possible Buffon, nämlich der beste Buffon, den es in-game gibt. 93er Team of the Season, die Variante. Ich finde ja, Buffon, den richtig starken Keeper, kommt unfassbar gut klar mit ihm. Und daneben Jorge Resurrection, besser bekannt, aka also known as Koker. 89er Rating, ebenfalls eine Team of the Season-Karte mit Hoch-Arbeitsraten. Das wäre Option 1 und Option 2 mit dem etwas schwächeren Keeper, nämlich Lehmann. Dafür ist er halt eine Legende und ein Deutscher. Und dafür dem etwas stärkeren 90er Busquets, der unfassbar starke Defensiv-Stats hat. Heißt, heute ist eigentlich so ein bisschen mehr die Entscheidung, gehen wir eher Richtung Offensive oder Richtung Defensiver. Buffon und Koke, jetzt mal die Keeper ausgeschlossen, finde ich beide stark. Das Problem ist, mehr oder weniger Koke, oder was heißt das Problem? Die Sache ist die, wenn wir Koke reinstellen, haben wir im Mittelfeld nur mit Naingolan einen, der defensiv gut ist. Ähm, und der trotzdem aber Hoch-Arbeitsraten hat. Sprich, wir hätten eine bombastische Offensive, weniger eine gute Defensive. Ähm, stellen wir Busquets rein. Haben wir natürlich mit Busquets und mit Naingolan Spieler, die eher defensiv ticken. Vor allem natürlich ein Busquets mittel, mittel, zwei Arbeitsraten, aber ihr seht's, Schuss und Tempo-Stat nicht wirklich vorhanden. Dementsprechend wäre er natürlich ein sehr, sehr defensiver Mann. Heißt, Offensive oder Defensive, das müsst ihr heute entscheiden. Paar 1, wie gesagt, Buffon, Koke, Paar 2, Lehmann oder Busquets. Die Links dazu, beziehungsweise die Abstimmung findet ihr da wie immer in der Info-Karte da oben einfach auf das i-Klicken. Vote, ne. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das dann. Soweit für heute, ich glaub, am Wochenende soll die K.O.-Phase starten. Sprich, die K.O.-Phase gegen die anderen YouTuber. Bin ich mal gespannt. Und dementsprechend gibt's natürlich auch im Laufe der nächsten Tage Part Nummer 5. Und da kümmern wir uns dann um Ersatz für Riyad Mahrez und für Jamie Vardy. Bin ich mal gespannt, wenn wir da letztendlich einwechseln, welche Spieler ich euch da zur Verfügung stellen kann. Ich hoffe mal wieder gut. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das für heute? Wenn's euch gefallen, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Vielleicht schaffen wir wieder die 4.000 Nikes. Ich würd mich sehr freuen. Ich bin mega gehypt auf die K.O.-Phase. Ich glaub, wir haben echt ein ordentliches Team bis jetzt. Gefällt mir richtig gut und wird natürlich besser und besser und besser. Von dem her können wir uns drauf freuen. Wenn ihr noch nicht abonnenten seid, lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Checkt die Links in der Videobeschreibung, Merchandise Shop und Co. Und damit bin ich erstmal raus. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.